Willkommen in einer Zeit, in der wir Musik noch analog gestreamt haben. Als unsere Klamotten das erste Mal in waren, unsere Gruppenchats offline, als wir Likes noch persönlich gaben und sich keiner um Kommentare scherte. Ey, Kuchenowski, du Arschloch! Wir, das waren Mücke, Spüli, Pommes und ich. Mitten im Pott, mitten in der Pubertät und ohne Internet. Machst du Bio? Schön. Wir hatten nur ein Ziel, aber keinen vernünftigen Plan. Tanzschule, da lernst du Frauen kennen. Erzdaume, hab ich recht? Wie geht's mit Drogen aus? Ich hab mal Tee geraucht. Also bleibt nur die Rockmusik. Die Groupies warten schon auf euch. Diesen November erlebe die Hoffnungen... Wir spielen jetzt meine Runde Street Poker. Habe ich die in 10 Minuten nackig für dich. ...Träume und Blamagen... Was ist denn hier los? ...an einem verrückten Ort zu zwei verrückten Zeiten. Tatsch! Lass mal gut sein. Ist besser für uns alle.